Das ist der «Health Horizon» Podcast, der sich mit aktuellen Trends im Schweizer Gesundheitswesen und darüber hinaus beschäftigt. Eine Produktion von PwC Schweiz. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von «The Health Horizon». Mein Name ist Jean-André Adegen, seine Consultant im Strategy and Transformation-Bereich, neue Host. In den letzten Episoden haben wir das Thema «Patientenbedürfnisse im Zusammenhang vom Wandel zu mehr digitaler Transformation im Gesundheitswesen bereits angeschnitten». Der Weg dorthin, dass Patientinnen und Patienten mehr im Mittelpunkt stehen müssen, ist bereits sehr viel klar. Andere reden nicht mal mehr von Patientinnen und Patienten und gehen direkt rüber zum Ausdruck in die Kundinnen und Kunden. Welchen Ausdruck man auch nehmen tut, keine Aussage bleibt die gleiche, dass man sich um das Wohl der individuellen Person kümmert tut. Einer, der das Thema sehr gut kennt, ist der Sascha Wischek. In dieser Folge haben wir einen Perspektivenwechsel gemacht von der Leistungserbringer zu der Krankenkasse und dabei habe ich so einiges Neues von ihm lernen dürfen. Zum einen ist es, dass sich die Bedürfnisse von der Kundinnen und Kunden im Versicherungsbereich verändert haben. Sie wollen individuell bedient werden, wollen modulare Produkte, aber auch mehr Flexibilität. Ein sogenanntes One-Size-Fits-All-Modell wird zufolgedessen nicht mehr geben. Das verlangt aber auch natürlich von den Versicherungen, dass sie eben ihre Produkte umbauen müssen. Es wird einen Wechsel geben Richtung kleinere und modulare Produkte. Und das bedingt wiederum auch von den Versicherungen, dass sie mehr über ihre Kundinnen und Kunden werden müssen wissen. Zum einen, um Produkte zielgerichtet zu schalten, aber natürlich auch zu berechnen. Und zu guter Letzt basiert das natürlich alles auf Daten. Und um diese Daten zu bekommen, muss man heute anfangen, customer-oriented Daten zu sammeln und auszuwerten. Wie man das genau machen tut, gehört ihr jetzt in dieser Folge von Sascha. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen. Herzlich willkommen Sascha. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Customer Centricity ist ein Thema, das in vielen Industrien nicht mehr wegzudenken ist. Und ich mich auch sehr gefreut hatte, das Thema mit dir heute genau zu beleuchten. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich auch dir jetzt erst einmal Gelegenheit geben, dich kurz bei unseren Zuhörinnen und Zuhörern vorstellen zu können, wer du bist und was du genau machen tust. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch von mir einen schönen guten Morgen. Kurz zur Person oder zum Profil von mir. Was habe ich gemacht? Was will ich erreichen? Vielleicht auch. Also ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich mich primär mit dem Thema digitaler Gesundheit beschäftigt. Speziell auch zu verstehen, wie man die Gesundheit in die breite Masse bringt und wie man entsprechend einen Erfolg damit erzielt. Das haben wir gemacht, unter anderem mit einem Startup, was ich aufgebaut habe und Versicherungskunden, ein Bonusprogramm, aber auch im Bereich BGM, also Corporate Wellbeing, betriebliches Gesundheitsmanagement. Bei der PwC ist es jetzt so, dass ich den Bereich Customer Centricity und Data Intelligence leite im Team Strategy and Transformation und natürlich auch die Sachen, die ich dann gelernt habe, Versuche weiterzugeben ins Team, aber primär auch die Ideen, wie man vielleicht Sachen nicht machen soll. Es geht ja nicht darum, nur zu sagen, hey, ist so ein Blueprint, die haben wir Sachen gemacht, die können wir übertragen, aber primär auch Friktionen vielleicht rauszunehmen, wie man Sachen dann besser macht und der Kunde im Prinzip dann glücklicher wird. Ja, sehr spannend. Danke vielmals für die einleitenden Worte, Sascha. Wir haben das Wort eben schon gehört, Kundenzentrierung oder auch auf Neudeutsch Customer Centricity. Wenn man es so gehört, ist es ein Wort, das es, glaube ich, einem einleuchtet, was es bedeutet. Aber mich würde vor allem interessieren, was verstehst du unter diesem Begriff? Ja, die Kundenzentrierung, vielleicht relativ vereinfacht gesagt, bedeutet einfach nur, dass man die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu kennen und zu berücksichtigen hat. Das ist halt nicht nur sozusagen im Marketing oder im Vertrieb, sondern entlang der gesamten Wertschöpfung. Also ein Stück weit auch ein neues Denken in den Unternehmen, wo ich mir halt nicht sage, hey, ich habe irgendwas aufgebaut, ein Legacy und versuche das irgendwie in den Markt zu quetschen, sondern genau umgedreht. Ich überlege mir, ich habe ein weises Blatt Papier, da ist der Kunde im Mittelpunkt und dann versuche ich, wie ich den Kunden am besten sozusagen bedienen kann. Das ist mehr und mehr natürlich auch nicht nur mit meiner eigenen Unternehmung, sondern vielleicht auch im Netzwerk von verschiedenen Partnern. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ja, spannend von deinem Erlebnis zu hören. Wenn man jetzt auch schaut, andere Branchen machen, das bereits schon seit vielen Jahren erfolgreich. Ich meine, da gehöre ich natürlich auch indirekt auch Datenmanagement. Beispielsweise eben Amazon macht bereits gezielte Produktplatzierungen bei ihren Kundinnen und Kunden, aber auch natürlich auch das ganze Erlebnis, das man den Kundinnen und Kunden mitgeben, was sie auch wirklich explizit wünschen, was du auch gesagt hast. Wechseln wir wiederum ins Gesundheitswesen und wir das mal wieder umminzen, respektive auch die Erfahrungen, die andere Branchen bereits erlebt haben. Wie könnte wirklich ein Gesundheitsdienstleister gezielt das Wissen von den anderen Branchen übertragen? Und zum anderen, auf was muss wirklich konkret geachtet werden, um eben massgeschneiderte Programme an Bedürfnisse von den Kundinnen und Kunden Rönern in der Ortsbiete? Ja, ich fange mal vielleicht mit ein bisschen optimistischem Outlook an, beziehungsweise mit einer Nachricht. Das Gute ist, wir haben ja schon viel gemacht in dem Bereich. Also es ist nicht komplett, wir fangen nicht bei Null an. Und ich möchte da beispielhaft vielleicht mal die Bonus- und Loyalitätsprogramme der Versicherungen erwähnen, weil ich glaube, die Versicherungen haben da schon regelmäßig versucht, Innovationen in den Markt zu bringen. Also der Anfang ist gemacht. Wie es dann natürlich in der Praxis aussieht, ist zum Beispiel ein Bonusprogramm. Da habe ich schon ein Mobile-First-Approach. Ich habe schon den Kontakt zum Kunden, die Interaktion. Der Schritt ist schon gemacht. Ich kriege oft schon Daten. Beispiel, ich habe einen Fitness-Tracker angebunden. Das wird dann entsprechend ausgewertet für meine Bepunktung und mit den Bepunktungen kann ich dann Cashback bekommen. Ich bekomme teilweise auch schon andere Sachen wie Coupons, Rewards und so Apps. Und ich denke, der Schritt ist schon gemacht. Aber es gibt noch viel zu tun. Also maßgeschneidert ist die ganze Sache noch nicht. Und da gibt es natürlich ein paar Tipps und Tricks, die man da vielleicht machen kann. Aber da kommen wir später noch darauf zurück. Im Sinne von dem Regulator, der sich da natürlich auch ein bisschen mit einmischen möchte und entsprechend auch die Gesetzgebung. Spannend, oder? Von dem her, wenn man jetzt wirklich sagen tut, einzelne Tipps und Tricks, wie man es konkret umsetzen könnte. Könntest du uns da mal so ein Praxisbeispiel nennen? Ja, ich glaube vielleicht, so ein Mythos ist immer vielleicht auch ein bisschen die Angst von einem Endkunden. Hey, in dem Falle die Versicherung oder vielleicht auch das Spital kennt mich und meine Daten gut. Also im Falle von einer Versicherung ist es halt vielleicht nicht so, dass man sagt, hey, ja, obwohl ich mich sozusagen an so ein Bonusprogramm angebunden habe und auch meinen Tracker in dem Falle, ist es ja nicht so, dass die Daten eins zu eins rübergeschubst werden. Das muss man ganz klar verstehen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist auch, dass hier immer eine Einwilligung besteht und entsprechend ich das freiwillig mache. Das muss man auch bedenken. Und A3, viele Sachen kann man ja auch schon sozusagen machen, indem ich nicht Rohdaten mir anschaue, sondern einfach nur aggregiert, anonymisiert mir Daten anschaue, wo ich schon sozusagen im Falle von Kohortenbildung was personalisiert zurückspielen kann, was mir einen Mehrwert gibt. Und das darf man halt nicht ausblenden. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Und als Beispiel, ja, also als Beispiel ist, wenn ich einen Datenpunkt sehe in dem System und das sage ich in dem System bewusst, weil es halt nicht ein Kunde ist von der Versicherung oder einem Kundenservice, der sich die Daten anschaut, sondern oftmals ein System, was ein Ereignis ausstößt. Wenn man das Ereignis sagt, hey, guck mal, der Jean-André hat jetzt sieben Tage irgendwie schlecht geschlafen, dann heißt es ja nicht, hey, du wirst jetzt bestraft im Sinne vom Maluspunkt, sondern eher vielleicht, hey, warum möchtest du nicht mal hier einen Experten anrufen? Hier sind ein, zwei Tipps, wie du vielleicht besser einschlafen kannst. Das sind solche Geschichten, wo man sagt, ja, es kommt erstmal rüber, als personalisierte Daten werden ausgelesen, aber im Prinzip ist es nicht so. Also im Prinzip geht es um ein Ereignis, was man im Prinzip auch gut bespielen kann. Wir nennen das immer «Next Best Action» und ich glaube, das ist der Weg, der erste Weg oder der erste Schritt auf dem Weg. Es ist wirklich so, dass man wirklich die Daten, die man mittels Fitness Tracker, Apple Watch, was auch immer auf dem Markt ist, wirklich gezielt mit Wissen verbindet. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder kritische Stimmen, die sagen, ja, Stichwort, der gelesene Patienten. Und ich glaube, das ist ja sicher auch eine berechtigte Sichtweise, weil man, ich meine, es gibt immer natürlich Befürworter, die alles tun, ihre ganzen Daten teilen in der Schweiz, oder? Aber auf der anderen Seite noch, man muss man ja die Kritik auch sicher auch ernst nehmen. Denkst du, es ist doch einfach ein alter Zopf, dass man sagen tut, hey, man muss jetzt einfach weiter schauen und muss das Positive sehen, oder was sagst du diesen Kritikern zu dem? Es gibt ganz klar Gesetze und Regularien, die muss man einhalten. Ich meine, das ist nochmal so. Und das bedeutet in dem Fall natürlich auch, dass ich nicht blind sozusagen den Nutzer Daten abziehen kann. Gelesener Patient, natürlich habe ich Daten, die ich auslesen kann, aber das ist ja alles auch Consent-based, also Opt-in. Es ist freiwillig, das ist sehr wichtig zu verstehen. Der nächste Punkt, das ist dann vielleicht die andere Seite, ist, dass der Kunde ja auch weiß, welche Daten man gibt und was man damit sozusagen anstellt. Stichwort Verwendungszweck, das muss ganz klar transparent dargelegt werden. Und ich würde dann auch mal behaupten, wenn das so ist, dann muss man dem Kunden auch so ein bisschen eine Selbstkompetenz zumuten oder zutrauen, wo man sagt, ja klar, der Kunde kann sich entscheiden, ob er das auch für sich selbst nutzen will. Also ich persönlich muss sagen, ich finde das schon noch besser und ich weiß, hey, wo drückt mir der Stuhl, was kann ich dagegen machen, anstatt sozusagen im Blindflug durch mein Leben zu laufen. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, aber die Möglichkeit hat man. Deswegen Opt-in, ich kann mich da einwählen. Und entsprechend solche Angebote annehmen. Und überall steht natürlich, dass die Daten sauber gemanagt werden, dass sie auch compliant sind und so weiter. Das versteht sich von selbst. Aber ich denke, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sollte uns das nicht stoppen oder darf uns nicht stoppen, dass wir Innovationen vorantreiben, weil das bringt keinen weiter. Ja, du sagst es, Innovationen muss man vorantreiben. Auf der anderen Seite soll es ja wirklich auch eine Transparenz gegenüber den Kundinnen und Kunden geschaffen werden. Und die, die sich immer noch dagegen entscheiden, was absolut okay ist, haben dann eben auch die Möglichkeit, das auch nicht zu machen. Ja, schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Würdest du sagen, gibt es die sogenannten regulären Produkte, die aktuell noch auf dem Versicherungsmarkt angeboten werden, aber ohne konkrete Personalisierung in fünf Jahren noch marktfähig sind? Oder ist das bereits Schnee von gestern und ein alter Zopf? Ich glaube nicht, dass solche standardisierten Produkte noch eine Zukunft haben. Die Katze ist schon aus dem Sack. Stichwort wieder Amazon, Stichwort SBB. Wir haben uns an die neue Realität gewöhnt. Wir haben uns daran sozusagen auch erfreut, was Kundenerlebnis sein kann. Und in dem Fall glaube ich nicht, dass wir was anderes wollen. Und das ist eigentlich egal, in welcher Branche. Gleichzeitig ist aber auch so, dass ich mir überlegen muss, na gut, wenn halt Mobile First, wenn ich digital habe, sind natürlich auch keine Switching-Kosts vorhanden. Das heißt, die Kunden springen über die Straße, kaufen sich ein neues Produkt, wenn sie mir halt nicht anbieten, was ich möchte. Das muss man sich natürlich vergegenwärtigen. Die gute Nachricht ist aus meiner Sicht natürlich, wenn man es richtig schafft, so einzigartige Kundenerlebnisse zu generieren, wenn man maßgeschneidert was anbietet, modular, dann kann ich wiederum schon einen gewissen Lock-in kreieren, weil ich dann weiß, hey, wenn ich aus dem System aussteige, inklusive meiner Daten, dann verliere ich was. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ambivalenz, die man sich anschauen muss. Das ist eigentlich auch so ein bisschen, wie wenn man in einem Ökosystem ist, wie es bereits ein paar Anbieter in einer anderen Branche wieder sehr erfolgreich machen klingt, weil sie machen Kombination und die ganze Connectivity finden auch statt. Und dann ist man natürlich einfach zu bequem oder einfach die Experience aufseite Kunden ist einfach massiv besser, dass man wirklich überhaupt nochmal einen Wechsel in Betracht ziehen würde. Definitiv. Und vielleicht noch einen Kommentar dazu, wenn wir uns ein bisschen nach vorne spinnen. Also momentan haben wir darüber gesprochen, dass die Versicherung mit mir in Kontakt tritt. Das ist ja im Prinzip auch wie der App in der Zukunft so, aber wir haben ja auch den Trend in Richtung Ökosystem. Also wenn ich sage, hey, ich habe wirklich so einen Pick-and-Mix-Ansatz, wo ich mit der App interagiere, mit der Versicherung, aber dann mit dem weiteren Partnernetzwerk, was die Versicherung mir anbieten kann. Ich bin heute gesund. Ich brauche was anderes, als wenn ich dann sozusagen morgen krank bin. Also das muss halt ein System verstehen. Und das ist natürlich, dann kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, nur möglich, wenn ich sozusagen die Daten auch in einem System habe, die vielleicht nicht in einem Silo stecken, sondern auch unter entsprechend natürlich der Einhaltung der Gesetze und der Regulatorik sozusagen austauschbar sind und miteinander sprechen können. Ja, jetzt haben wir sehr viel eben auch darüber gesprochen von der Kundenseite, respektive was Bedürfnisse haben, aber natürlich auch was für Probleme die Kundinnen und Kunden beschäftigen. Jetzt machen wir mal ein bisschen einen Richtigungswechsel. Ich meine, das Ganze kostet natürlich auch etwas, also ein Bonusprogramm, ein umdenken, ein neues personalisierte Produkt. Ein Thema, das man immer wieder ein bisschen vergessen tut auch in der Gesellschaft, ist das Thema Prävention und so ein bisschen auch der Wechsel von der Reparaturwerkstatt, mehr eben auch in Prävention zu investieren und auch wirklich eben im Ökosystemgedanken, dass man vielleicht eben gleich auch durch das umdenken, wie auch die Gesundheitskosten auch gesamthaft reduzieren könnte. Wie siehst du das respektive, wo siehst auch die grosse Chance, dass man eben gesamthaft nachher noch die Kosten senken könnte, aber auch, dass wiederum natürlich eine Versicherung mal wirklich das Potenzial gesehen tut, dort in die Richtungen auch zu investieren? Ja, also da kann man auch wieder recht nüchtern und objektiv drauf schauen. Also ich bin ja aus Finnland hierher gekommen und da haben wir ein anderes Gesundheitssystem und ich versuche das natürlich auch mal ein bisschen zu reflektieren hier und ich schaue mir natürlich, wie die Brater es hier machen, auch die Zahlen an und dann sehe ich zum Beispiel, dass wir hier Gesundheitsausgaben haben von knapp 80 Milliarden Franken, die sich aber dann perspektivisch verdoppeln werden in 2040 und das ist schon mal eine Ansage. Das heißt, damit muss ich leben, damit muss ich als Versicherung auch was mit anstellen, weil das ist sozusagen, der Zug fährt mit 180 kmh Richtung Wand. Ich muss handeln und wenn man sich dann, wie gesagt, den nächsten Schritt anschaut, wo fließt denn das Geld rein und ohne Zweifel hat die Schweiz eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, aber es wird entsprechend auch oft und häufig in der Tiefe konsultiert und das bedeutet, dass von den entsprechenden Gesundheitsausgaben knapp 90 Prozent halt in die Behandlung und Therapie gehen und das bedeutet logischerweise, dass ich handeln muss, also das System wird implodieren und da glaube ich sehe ich auch die Chance mit Daten was zu machen, da sehe ich auch die Chance zum Bonussystem einen Schritt weiter zu ziehen, damit ich sozusagen Prävention machen kann. Das Bonusprogramm kann beides bedienen. Ich kann den Kunden sozusagen glücklich machen, aber ich kann ihn auch in der Reise, in der Lebensreise entlang vielleicht Gesundheit fördern, dann habe ich vielleicht irgendwann eine Krankheit, dann muss ich die Krankheit behandeln und dann am Ende ist es natürlich auch so, ich muss mit einer Krankheit leben, aber das muss ich im Prinzip auch wahrnehmen und wissen und Daten wiederum geben mir die Indikation und damit kann ich entsprechend auch interagieren und vielleicht auch gegensteuern. Also es ist wirklich so, wie es du sagen tust, wenn man wirklich Daten näht, seitens Fitness Tracker respektive auch die ganzen Daten, die man ins Bonusprogramm reintut, also so ein bisschen wie ein Center, also wirklich ein zentraler Punkt, wo nachher eigentlich wie die Daten verarbeitet werden, dann kann man wirklich auch noch etwas Spannendes daraus generieren und dann auch wirklich gezielt präventiv in die Zukunft schauen können. Absolut und wenn ich das System sozusagen jetzt auch habe und es läuft und es fliessen Daten rein, dann kann ich das System ja auch mit der Einwilligung des Kunden, des Patienten öffnen. Das sind wir wieder bei einem Stichpunkt Ökosystem, aber das ist ja genau die Idee, dass ich sozusagen fluide mich in einem Lebenszyklus bewegen kann und ich kriege die bestmögliche Versorgung und Behandlung. Und das ist aus meiner Sicht die Zukunft. Ja, zum Schluss noch, ich meine, Sascha, du hast es erwähnt gehabt, das ganze Thema rund um Kundenzentrisierung, dass sozusagen ein Wandel stattfindet, um das werden wir nicht kommen, oder? Und früher oder später muss man eben auch umstellen, auf der anderen Seite, was ist deine Botschaft an Unternehmen, die sich aktuell gerade auf dem Weg dazu befinden, oder eben auch an die, die, die noch ein bisschen unschlüssig sind, sich an das Thema herzutasten? Also meine Botschaft ist recht eindeutig und klar und die ist unabhängig davon, ob ich jetzt entschlossen oder unentschlossen bin. Und zwar ist das so, dass das Thema Kundensegmentierung und Kundenzentrierung und die ableitende Datenstrategie einfach zu wichtig sind, um es aufzuschieben. Muss ich damit gezielt heute befassen und auf die strategische Agenda nehmen und nicht sozusagen als Nebenprojekt laufen lassen? Ich bin davon überzeugt, dass wer zeitnah keine Datenstrategie definiert hat, wird auch morgen nicht reagieren können, ist ja logisch. Und allein deswegen, weil ich, wenn ich die Daten übermorgen brauche in fünf Jahren, muss ich heute anfangen, den Datenpool aufzubauen. Also ich kann ja schlecht Produkte und Leistungen anpassen, wenn ich die Daten, den Datenpool nicht zur Verfügung habe. Sprich, ich kann die Zeit in fünf Jahren nicht zurückdrehen und sagen, ja, jetzt möchte ich mal gerne. Aber nichtsdestotrotz muss man, denke ich, schon auch pragmatisch bleiben. Und es geht ja nicht darum, jetzt vom Aktionismus getrieben, Megaprojekte anzuschieben. Ganz im Gegenteil. Ich denke, der erste Schritt ist einfach mal ein Soundcheck, eine Art Soundcheck, wo man sagt, hey, ich will mich mal kurz sortieren. Was haben wir hier vorhanden? Ich will mir eine Klarheit schaffen. Und dann vielleicht auch mit extern mich besprechen, hey, was gibt es denn schon im Markt? Was sind bewährte Konzepte? Was sind die Use Cases? Und dann habe ich eine grobe Auslegerordnung, die ich dann als Basis nutzen kann, um interaktiv weiterzumachen. Und diesen, ich sage mal, Soundcheck-Ansatz haben wir schon mit den ersten Versicherungen angestoten. Und das halten wir aber weiter für alle Interessen offen, Interessenten offen. Und daher freuen wir uns auf den Austausch und mehr zum Thema dann entsprechend zusammen zu diskutieren. Ja, sehr spannend zu hören, was da alles aktuell vor sich geht. Und ich bin überzeugt davon, dass man da von dir zu diesem Thema noch vieles zu hören wird in den kommenden Monaten. Vielen Dank an dieser Stelle an dich, Sascha, dass du gekommen bist. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch sehr gerne verabschieden. Bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Gang Lob und Kritik, schreibt es uns. Aber auch wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, dann freuen wir uns natürlich, von euch zu hören. In diesem Sinne, habt es gut und bis zur nächsten Folge, weshalb er heisst The Health Horizon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020